Schönen guten Morgen auch von der Firma Consult Network, von mir, Mario Rosenfelder und Daniela Meier. Es freut mich, dass ich heute hier auch wieder etwas zum One-Page-Prinzip sagen darf. Es geht also darum, wie kann ich Steuerungscockpits machen, wie kann ich Cockpits machen für verschiedene Steuerungsaufgaben. Wir starten da jetzt auch gleich einmal rein und ich möchte eigentlich mit ein paar theoretischen Überlegungen loslegen, um zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Unternehmenssteuerung um, was brauchen wir. Und da habe ich immer auch das einfache Beispiel, Sie sehen hier ein kleines Cockpit von einem Auto.